ja servus freunde heiß ist ja ok fangen wir an einige von euch haben ja schon lange mal angefragt ob ich euch nicht einmal vorstellen will was in mein daybag drinnen ist und was ich da als daybag für den rucksack verwende gut den ganzen werde jetzt einmal nachkommen und sage ich gleich einmal das ist einmal der 511 rasch 12 mit 20 bis 22 liter glaube ich zeige euch einmal das was ich erst das außen drauf habe und dann praten wir alles auf was innen ist und zeige euch das gut also normalerweise der tisch ist jetzt dabei den habe ich jetzt mit sonst ist der normal nicht dabei der hängt unter dem rucksack auf der herüber seite noch eine kleine wasserflasche zum schnell trinken da habe ich noch ein paar hering hängen die lege ich dann noch auf die matten dann seht ihr es noch näher dann hervor habe ich noch meinen kleinen sammelbeutel drin für alles mögliche falls man schwammen findet oder nicht so wie es mir geht und da wäre auf alle fälle neue reservehandy dabei ein iphone 5 oder se falls einmal wirklich nichts mehr geht oder das andere labiert oder ich mich unbedingt drücken lassen will dann zum dreck aufzeichnen dann eint das mit gut so herrüben haben wir noch ein paar handschuhe die mech ja nix und da haben wir noch eine drange erste hilfe kit dabei ja das war es einmal was außen drauf ist und jetzt ja vor wir haben wir noch mal was haben das zeige ich auch noch schnell da habe ich jetzt ein kleines neckneif hänger fürs schnellen zugriff quasi wenn man gar was anschneiden muss weil ich habe auch kein messer drauf hängen ich habe nur das dengler und wenn ich wo bin auf meinem platz halle hänge ich das ein zeige ich auch noch näher dann habe ich da noch einen karabiner hänger und ein kleines thermometer und das war es so und jetzt platz platz hier mit meinem ganzen zeugs stelle die kamera und dann zeige ich das näher ja freunde jetzt habe ich mir alles für euch ausgebraten dass ihr mal seht was da dabei ist auf so einer kleinen unterdricks matten kniere ich gerade weil ich ein alter knierer bin dass es ein bisschen gemütlicher ist also das habe ich quasi als dayback dabei ich habe da noch eine zweite kam mit drinnen meine alte sonne habe ich heute noch mitgenommen die 405 da werde ich da ein bisschen näher hinhalten dass man das so sieht besser gut fangen wir mal an ich habe so ein dreiviertel liter wasser noch dabei das ändert sich aber wenn es wirklich wärmer ist sind oft zwei liter dabei aber und außen habe ich sowieso noch die 05 drauf hängen und die dreiviertel liter das sollte im augenblick mal reichen das wäre mir das erste dann her wie sagen glaube ich brauche ich nicht groß in die kem halten sowieso immer dabei braucht mir ja gehen wir mal über zu die warmen monate ich hab das anti brumm jetzt dabei das kann ich schon bei den temperaturen weil die sind eh schon lästig das taschentier kann ich auch nicht für euch erklären hat sowieso ja jeder mit gut dann haben wir mal ein paar zünder dabei dann habe ich so ein elektronisches feuerzeugs als ein lichtbogen das hat da eine sicherung und unten drückt man dann ist das ein lichtbogen zünder eigentlich super zünder kerzen damit alles kein problem mit usb zum aufladen eigentlich bippiefeinst auf alle fälle noch ein feuerstall dabei den braucht man sowieso immer und mein neuerster zugang des victorinock hansmann in einem schönen blau das ist eine farbe das ist ja extrem geil ist mit dabei habe ich auch den kleinen löffel geschnitzt mit den kleinen da ist alles dabei was man braucht recht vollkommen gut wenn wir beim messer sind ich habe da meine lederscheiden vom endzutrapper und da steckt im anblick drinnen das wtb und zwar das woodpecker passt aber auch super eine und ich habe eigentlich immer meinen denkler dabei und da hänge ich es auch erst drauf wenn ich quasi angekommen bin wo ich dort bin sonst ist eigentlich eingepackt im rucksack und somit stört es auch keinen sichter kann reicht vollkommen ja was haben wir noch ich habe ein paar so teotücher kann man als toilettenpapier als cosi was weiß ich was handwischen für alles mögliche kann man das brauchen dann gehen wir weiter eine kleine zünderbeutel habe ich da dabei zünderbox alles mögliche drin warte mit der brennschnur ein bisschen was man mit der feier machen will dann erreicht das vollkommen aus dazu natürlich mein pico grill der ist sowieso pflicht weil mit 85 gramm dann kannst du einstecken da habe ich auch mein löschdecken dabei die holt da ein bisschen mehr aus wie diese löschdecken was ich da gehabt habe die verwendet man auch zum feuer zum einstecken heißt ja nicht um sonst löschdecken und wirklich der ist ja klar da gibt es eigentlich gar nichts habe ich eigentlich auch immer dabei ja dann habe ich auch dabei seitdem ich schnitt meine kleine säge chinesen dingebomsten nicht weiß gut was dran aber schneidet recht gut für das was ich brauche vollkommen ausreichend ja schnur schnur hat man immer dabei paracord schnur dann habe ich auch noch so karabiner dabei so sparen karabiner da habe ich zwei stücken dabei die kann man immer brauchen ist gar nichts anspannen ratz ratz brauchst du nicht viel knochen machen perfekt die werden verschiedene durchmesser dabei ja dann geht es weiter käppchen maschine nein nein wer kennt die nicht ist jetzt einmal wieder die edelstahl variante dabei das ist die gerne für a tassen ihr kennt die hat den alu genau so jetzt nicht mehr mit dem damit muss sich leichter ein bisschen mehr eine wenn die alu und mein carlos survival kit quasi und dies ist nichts anders als wir da sind meine käfchen zubehör ist da drinnen leffe sahne für einen kaffee alles mögliche quasi so jetzt pfeffer meine zaubertierchen sind da und unter anderem auch noch ein paar normale filter habe ich eh schon mal gezeigt da und vom biet der amarettoi der zucker und die carlos mischung natürlich ja das mit denen komme ich eigentlich im großen und ganzen durch und last but not least habe ich noch mein kuchzeug dabei das habe ich ins wtb hoch reingeben in die sache dazu ist das eigentlich optimal das haben wir 100 gramm kartuschen kinder jeder an 750 milliliter titan becher mit deckel perfekt eigentlich dann habe ich so einen kleinen folgt becher und die schweden kommt mir damit sehr gut aus standfuß kennt er ja schon wieder dann noch mein mein windabweiser quasi für die gaskartuschen und am schluss noch mein kruxleitbrenner der zischt ja freunde das war es im großen und ganzen was ich dabei habe kommt natürlich darauf auch was ich vor ob er ändert sich ab und zu ein bisschen aber im großteil ist eigentlich immer das mit dabei und nur die unterlegsplan ich würde ihn erwähnen das ist die die kann man wunderbar als sonnendachl oder als reinschutz verwenden recht vollkommen und hat 120 gramm zwar mit was jetzt nicht auswendig zwar 20 x 80 so irgendwie na groß genug ja freunde in den sinn ich hoffe ich konnte euch jetzt ein bisschen dazu und sagen was ich so großartiges mit habe wahrscheinlich nicht für andere sachen wie andere auch und in den sinn sagen wir wieder dankeschön fürs zuschauen und man sieht sie ja dann packen wir wieder ein